Wer gewinnt diese schicke Greenscreen Mausmat gesponsert von Elgato Gaming und zusätzlich dazu gibt es mein letztes Gewinnspiel für dieses Jahr. Ich habe die Losbox wieder fertig gemacht, hier sind sie drin, die ganzen Lose. Danke an jeden der mitgemacht hat, viel Glück an jeden, ihr wisst wie immer, es kann nur einen Sieger geben, von daher ziehe ich wieder hier oben. Ihr seht, hier sind die Lose drin, diesmal eine andere Farbe und dann hoffe ich mal, dass ich dann den oder die Gewinnerin glücklich mache. Also Sieger, dieser Greenscreen Mausmat wird sein der User mit dem schicken Namen HongkwangDang. Ich hoffe ich habe das so richtig ausgesprochen, herzlichen Glückwunsch an dich, ich brauche jetzt deine Adresse, das heißt schreib mich bei Discord an, bei Twitter, bei Instagram, so schnell es geht, dass ich das Paket vielleicht sogar noch vor Heiligabend verschicken kann, dass du es vor Weihnachten hast, vielleicht unter den Weihnachtsbaum gelegt und deswegen hoffe ich, dass du dich schnell meldest und ich sage herzlichen Glückwunsch und an alle, die jetzt noch mal mitmachen wollen, mein letztes Gewinnspiel für dieses Jahr wird sein eine neue Tastatur, wie letztes Jahr auch und zwar die Rocket Magma. Hier habe ich jetzt irgendwo ein Foto eingeblendet, ich hoffe man sieht das ganze. Ja, was ihr machen müsst, ganz einfach wieder ein Hashtag und zwar den Hashtag Rocket, diesmal unten reinschreiben, Zeit dazu wie immer bis Freitag 18 Uhr und dann löse ich nächsten Sonntag nochmal auf. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Vorweihnachtszeit, ja, ein bisschen entspannter, nicht so viel Stress, vergesst nicht noch Weihnachtsgeschenke einzukaufen, bleibt gesund, das ist das Wichtigste und Glückwunsch an den Gewinner und bis nächste Woche. Ciao, ciao! Ciao, ciao!